Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Summoning. Ich habe zwei total tolle Nachrichten. Und zwar die erste war, ich muss noch mal warten, bis das Mana voll war. Das dauert ewig, das wissen wir. Und da war mir ein bisschen langweilig und wir hatten ja hier mal an den Hebeln rumgezogen und diverse Items von diesen Kammern nach ganz hier außen transportiert. Und ich wollte meiner Langeweile einfach diesen Pfeil haben. Den werden wir nicht mitnehmen, aber beim nochmal Hebelziehen ist mir aufgefallen, dass da auch noch so ein klitzernder Gegenstand, nämlich ein Schädel war. Hätte ich keine Langeweile gehabt, hätten wir den zuerst mal übersehen. So, dann unterhalten wir uns mal mit dem Kollegen, mit dem Kollegen Pale. Ich bin Pale, der ältere Bruder von Balthasar. Er war unser Anführer, bevor wir neun Magier uns Schattenwebers Macht beugen mussten. Ich kenne die letzte Handbewegung des Dimensionstorspruchs. Merk sie dir gut. Äh, in der Schule melden von hinten. Erst da, kriegen wir hin. Wenn du die Schädel meiner sieben Kameraden gefunden hast, kennst du jetzt den kompletten Spruch. Sonst kann ich dir nicht viel sagen, Sinaloa. Hüte dich von meinem Bruder Balthasar. Von uns neun war er der Mächtigste und das in seinen jungen Jahren. So wie du. Aber er hatte auch den schwächsten Willen. Also unterwarf er sich Schattenweber. Okay, das erklärt, warum er nicht als Schädel geendet ist. Balthasar, wer ist das? Ja, eigentlich wissen wir es. Balthasar kann nicht auf normale Art und Weise besiegt werden. Zumindest nicht für immer. Wenn du ihn im Kampf besiegst, ist er nur für kurze Zeit verbannt. Suche die Karaffe der verlorenen Seelen. Sie enthält die Seele meines Bruders, so wie dieser Schädel meine. Zerstöre sie und Balthasar stirbt befreit von seinen dunklen Diensten. Ja, das hat uns auch schon mal ein anderer Schädel erzählt. Pail, wenn ich Balthasar zerstören muss, wo kann ich diese Karaffe der verlorenen Seelen finden? Nur Schattenweber wird das wissen, Sinalohe. Ich kann dir nur sagen, dass der dunkle Magier sie wohl nicht lange aus den Augen lässt. Denn er muss Balthasar an sich binden. Suche die Zitadelle, vielleicht ist die Karaffe dort. Ja gut, da müssen wir sowieso noch hin. Dann packen wir den guten Pail mal ein. Setzen noch den Buchstaben, also die Handbewegung in Buchstaben um. Und zwar suchen wir das da. Da, C. So, also es ist 8c. Damit fehlt uns noch Schädel 2 und 5. Das macht mich nicht glücklich. Aber okay, dann gehen wir jetzt zur zweiten guten Nachricht über. Und zwar bin ich in eurer Abwesenheit mit unserem Helden noch ein paar Tode gestorben. Aber letztendlich waren wir erfolgreich. Da liegt er in seinem Blut, der schwarze Ritter. Also mit unserem langsamen Schwert, Warmonga, habe ich es ehrlich gesagt nicht hinbekommen. Ich hatte nochmal den Schild der Geschwindigkeit oder so, der mit dem Pferdchen drauf angezogen. Nochmal hier unsere Blitzwaffe und ein Amulett des Schutz, das hatten wir an. Und dann Unsichtbarkeitsspruch, Berserker und dann immer, immer pieksen, immer pieksen, immer laufen, pieksen, pieksen, laufen, pieksen, pieksen. Und unser Wiedererwägungsgötze hat getriggert. Also das heißt, wir waren einmal tot. Aber besser habe ich es nicht hinbekommen. Aber er ist tot. Und wir können ihn jetzt gemeinsam mal looten. Ja okay, sein Kopf ist ein bisschen eklig. Aber ja, den müssen wir ja dann mitnehmen und dem Grünritter geben. Mit dem haben wir diesen Pakt. Ich glaube, dieser Schlüssel, den hätten wir jetzt eigentlich erst für den Ausgang benutzen müssen. Aber da wir aus irgendwelchen Gründen noch einen Über hatten, konnten wir auch direkt wieder fliehen. Sonst wäre der Kampf noch schwerer gewesen. So, das schwarze Medaillon. Das packen wir auch mal weg. So, sonst hat der gute Junge nichts. Sehr schön. So, dann sollen wir hier noch... Da wir hier keine Karte haben, ist es schwierig zu sagen, ob wir jetzt alles entdeckt haben. Aber wenn wir hier 8 gefunden haben, gehe ich mal nicht davon aus, dass wir hier auch Schädel 5 finden. Wir hatten ja zwischendrin schon andere gefunden. Wir gehen zuerst mal wieder raus vor die Tür und machen mal das mit dem Grünritter. Vielleicht sagt er noch irgendwas. So. Da sitzt der Kollege mit der Karte. Und wir gehen hier lang. Dann sind wir jetzt wieder... Sind wir jetzt wieder in Grün? Ich meine mal... Genau, wir sind in Grün. Ja, ich weiß wieder, wo der Grüne Ritter war. Das ist nicht weit von hier. Das ist nicht weit von hier. Ich weiß es, ich weiß es. Wir sind ja schon hundertmal neben vorbeigelaufen. So, und nämlich da geben wir dann den Schädel von seinem Kollegen ab. Und hoffen mal, dass er uns noch irgendwas Wichtiges zu sagen hat bezüglich unserer Schädel-Probleme. Ich glaube, ich bin falsch gelaufen. Oder? Nee, ich bin nicht falsch gelaufen. Alles klar. Alles gut. Ich habe mich nur wegen der Kugel tierisch erschrocken. Alles gut. Wir müssen nach links. So, da rein. Und dann sind wir da. Genau, da ist er. So, Hallöle. Wir haben was. Ich wollte ein Fest für dich geben, als mir vom Tod des ebenhölzern Ritters berichtet wurde. Leider möchten wir keine unnötige Aufmerksamkeit erregen. Ich halte immer mein Wort. Hier ist mein Medaillon. Sehr schön. Jetzt haben wir noch das Grüne. Damit haben wir jetzt alle. Du sollst dich jetzt aufmachen. Es wird nicht lange dauern, bevor Balthasar den Tod des Schwarzen Ritters entdeckt. Ich wünsche dir viel Glück. Vielleicht sehen wir uns einmal wieder. Ja, wir wünschen dir auch viel Glück. Aber zu den Schädeln hat er auch nichts gesagt. Das macht mich nicht ganz so glücklich. Zumindest haben wir jetzt, glaube ich, alle Medaillons. Und gehen jetzt nochmal zurück zum roten Bereich. Was der eigentlich Purpuner Bereich heißt. Fragt mich nicht wieso. Aber alles ist rot. Also nennen wir ihn den roten Bereich. Und dort hatten wir ja die ganze Reihe an Schädel gefunden. Die uns gesagt hat, von wegen Medaillon so und so und so und so. Karte. Kurz anpeilen, wo wir hin müssen. Genau. Da einfach nur geradeaus hoch. So, dann laufen sie mal weiter. So, hier war noch irgendwo... Da war die Schädelreihe. Die sagen ja, spende eine Goldscheibe an einem blauen Band oder erwarte die festgelegte Zeit. So, er will Purpur. Er will Weiß und so weiter. Mich verwirrt, warum es hier zwei Öffnungen jeweils gibt. Müssen wir mal schauen, wie das jetzt funktioniert. So, also du willst blau. Müssen wir mal ein bisschen unserem Krams kramen. Dort... Ne, das war so ein anderes Amulett. Da ist das schwarze. Da ist blau. Da ist rot. Und pack den Stein mal da hin. Dann haben wir das rote Amulett. Dann verarbeiten wir zuerst mal diese Amulette. So, du wolltest blau haben. Blau haben wir gefunden. Und das... Ja, das kommt wohl da rein. Dann vielleicht da nicht rein. Keine Ahnung. So, du wolltest Purpur haben. Purpur ist hier rot. Du willst Weiß haben. Weiß haben wir in unserem Chaos noch nicht gefunden. Sollte aber vorrätig sein. Denn den Weißen... Äh, genau. Den Weißen Ritter haben wir schon länger erledigt. So. Zack, zack. Weiß. So, du willst grün. Und dann will der andere Ebenholz bzw. schwarz haben. Gehe ich mal davon aus. Genau, schwarz. Sehr schön, da geht das auf. Und da ist noch ein Schlüssel. Dann brauchen wir da wahrscheinlich den Sonnenschlüssel. Da ist... Da ist noch ein Schädel. Da ist noch ein Schädel. Und dann fehlt immer noch einer. Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir irgendwo was übersehen haben. Na gut, wir reden zuerst mal mit dem jungen Mann. Vielleicht kann er noch irgendwas sagen. Ich habe dich erwartet, Sinaloa. Ich bin Wolkenbruch, ein Heiler, der vor langer Zeit dem dunklen Magier trotzte. Wie du sicher weißt, ist meine Lebensenergie für alle Ewigkeit in diesem Schädel gefangen. Wolkenbruch, ich hoffe, du kannst mir bei der Vernichtung Schattenwebers helfen. Ich werde dir helfen, Sinaloa. Nur weil ich anderen das wün... Nur weil die anderen das wünschen. Trotzdem zögere ich, denn ich traue dir nicht. Der Gedanke, dass eine Person alle acht Teile des Dimensionstorspruchs... Nun ja, die anderen haben recht. Es gibt keine andere Möglichkeit. Du bist unsere letzte Hoffnung. So sei es. Dies ist der fünfte Teil des Spruchs. Dann fehlt uns noch der zweite. So, die Faust von vorne. Mitten ins Gesicht. Bitte, Sinaloa, verrate uns nicht. Du musst nicht nur beide Hälften des Stabes finden, du musst ihn auch wieder vereinigen. Schattenweber darf dies nicht gelingen. Du musst den Spruch der Vereinigung lernen. Er muss ausgesprochen werden, wenn du beide Teile des Stabs in den Händen hältst. Wie kann ich den Stab zusammensetzen, wenn ich den Spruch der Vereinigung nicht kenne? Wenn du den Schädel meines Bruders Feuerkind findest, wird er dir helfen. Von uns allen ist er der Vergesslichste. Frag ihn nach dem Schwert Wamonga, denn nur von ihm kannst du den Vereinigungszauber lernen. Ja gut, Wamonga haben wir schon gefunden, aber wir fragen trotzdem mal Feuerkind. Vielleicht gibt es dann zusätzliche Informationen. Es ist nur jetzt die Frage, wo Feuerkind wieder steckt. Du bist Seemöwe Erastus Silvanus. Ihr seid nicht die Gesuchten. Du bist Zekiel. Moment, war da noch einer? Ah, da ist Feuerkind. Feuerkind, wir möchten mit dir reden. So, und den fragen, ja, er zeigt wieder sein Zeichen. Den fragen wir jetzt nach Wamonga. Was kannst du mir über das Schwert Wamonga sagen? Oh, beinahe hätte ich's vergessen. Du hast recht, Sinaloe. Ich muss dir noch von dem Schwert erzählen. Zuerst muss ich dich warnen, dass die Klinge böse ist. Lass dich nicht von deinem Pfad abbringen. Sinaloe, hör nicht auf, Feuerkinds Worte. Er würde nicht gerne an einer Aufgabe scheitern sehen, bei der er und seine Kameraden versagt haben. Er ist ein Versager, er interessiert mich nicht. Wamonga, du Teufel. Ich habe dich genau verstanden. Erinnere dich, du hast dieser Welt schon einmal viel Leid gebracht. Ist das nicht genug? Wie unfair, toter Magier. Wenn Borell am Ende auf mich gehört hätte, wäre der Sieg sein gewesen. Erinnere dich, Sinaloe, nur ich kann dir den Sieg bringen. Höre immer auf meine Worte. Ja, Wamonga, vielleicht stimmt das. Von allen Wesen kannst du, nur du, Sinaloe, den Vereinigungszauber beibringen. Ich befürchte, dass du deinen Träger zu deinen eigenen Zwecken missbrauchen wirst. Sinaloe, Wamonga mag hilfreich sein, aber am Ende solltest du auf dein Herz hören, denn dort liegt der wahre Sieg. Okay, die zwei mögen sich nicht. Äh, ich wollte nicht unseren Helden ausziehen, sondern den Stab ausziehen. So, wir müssen noch die Handbewegung in Buchstaben umsetzen. Zwar war es die Faust mitten ins Gesicht. Das da. Jot. So, dann fehlt uns jetzt nur noch die zwei. Also meine Vermutung vor einigen Folgen war ja, dass wir das irgendwo bei Blau übersehen haben, weil wir in Blau eins und drei gefunden hatten. Aber danach weiß ich jetzt nicht mehr, was wir wo gefunden hatten. Ich werde in der nächsten Pause mal schauen, ähm, nochmal Blau links machen und dann, wenn ich da nichts finde, die anderen nochmal abklappern. Aber ja, ähm, vorher, also mit euch gehe ich jetzt hier nochmal weiter. Wir schauen, wo wir dort landen. Äh, fühlen wir uns gerüstet? Ja, wir fühlen uns gerüstet. Äh, schauen wir uns... Bist du's wieder, Rowena? Sinaluo, du musst auf mich hören. In wenigen Augenblicken werde ich zum Konzil zurück teleportiert. Ich glaube, dass Schattenweber seine Hälfte des Stabes in seinen Gemächern aufbewahrt. Das wissen wir, meine Liebe. Wenn du die andere Hälfte des Stabes hast, dann mach dich auf den Weg zu den Gemächern des dunklen Magiers. Hoch oben in der Zitadelle. Es gibt nur zwei Wege, in die Zitadelle zu gelangen. Das Haupttor und die Kanalisation. Betritt die Kanalisation nur, wenn du wirklich musst. Denn dort ist es sehr gefährlich und magische Karten funktionieren nicht. Und wenn du drin bist, betritt nicht das tiefste Geschoss der Zitadelle. Hä? Wenn du wirklich musst. Denn dort ist es sehr gefährlich und magische Karten funktionieren nicht. Das ist... Kacke. Und wenn du drin bist, betritt nicht das tiefste Geschoss aus der Zitadelle. Also, wenn wir in der Kanalisation sind oder wenn wir in der Zitadelle sind. Wir werden sehen. Es gibt dort unaussprechbare Grausamkeiten, für die du wahrscheinlich nicht gerüstet bist. Ich muss jetzt gehen. Betritt die Zitadelle erst, wenn du bereit bist. Ja gut, wahrscheinlich, wenn wir die erste Hälfte des Stabes haben. Und dafür brauchen wir, glaube ich, diesen Teleportzauber mit dieser anderen Dimension da. Ja, die Dame, die kommt und geht, wie sie gerade will. So, wir schauen zuerst mal, wo wir hier sind. Ende 4. Okay, wir nähern uns dem Ende. Wir werden sehen. Dann schauen wir uns hier mal um, was hier so alles auf uns wartet. Aber bitte ohne Karte in der Hand. Dann kämpft sich's besser. So, unser Schwert muss ja noch eine... Moment, das Schwert muss uns noch... Wie viele Handbewegungen geben? Wir haben bisher 5. Waren das 6 oder 8 Bewegungen? Ich weiß es nicht mehr. Aber wir haben 5. So, diverse Hebelchen. Hauptsache, die Karte funktioniert hier. Oh, hi. Wer bist denn du? Oh, coole Dinge. Coole Dinge. Hier darf man ja alles mitnehmen. Das finde ich so cool. Ultima 7. Musste ich mir das immer verkneifen. Ultima 7. Teil 1. Habe ich schon ein paar Mal den Knast von innen gesehen. Aber bei 7.2. Glaube ich dann noch zweimal. Wir haben uns gebessert. Aber hier darf man alles mitnehmen. So. Hallo, mein Name ist Sinaluhe. Darf ich nach deinem fragen? Ich bin Stahlhammer. Schattenwebers Waffenschmied. Vielleicht kann ich dir helfen. Du bist ein Waffenschmied, aber alles, was ich hier sehe, ist Rüstung? Aber okay. Ich fürchte, dass die Horden in den kommenden Monaten wieder in den Krieg ziehen werden. Schattenweber hat angeordnet, dass ich 100 Kettenhemden anfertigen soll. 100 Stück. Kannst du das glauben? Ja. Dann hast du wohl keine Zeit, für einen wie mich eine Rüstung zu schmieden. Vergib mir. Aber wenn ich diese Kettenhemden nicht rechtzeitig fertig habe, wird Balthazar mich sehr bestrafen. Aber vielleicht ändere ich meine Meinung ja. Ich habe massenweise Material erhalten. Ich habe fast alles, um einen absolut einzigartigen Plattenpanzer zu schmieden. Nur bräuchte ich noch die paar Dinge, die für die Verzauberung der Rüstung benötigt werden. Wenn du mir sie bringen kannst, werde ich die Rüstung schmieden. Und dann soll sie dir gehören. Bei so einem Angebot kann man nicht Nein sagen. Was brauchst du denn noch? Zwei Dinge sollten einfach zu finden sein. Ein getrocknetes Stück Leder und etwas Eisenerz. Das schreibe ich mal auf. Ich würde mein eigenes verwenden, aber das brauche ich für die Kettenhemden. Dann brauche ich aber noch etwas Mitrilerz. Ich bin nicht sicher, ob es hier im Labyrinth so etwas gibt. Es gibt viele unterirdische Höhlen. Ein erfahrener Minenarbeiter wird sicher wissen, wo es Mitrilerz gibt. Okay. So, es notiert. Bring mir diese Dinge und ich werde dir den tollsten Plattenpanzer schmieden. Das wäre toll. Warum sollte mir jemand solch ein Geschenk machen? Du musst verstehen. Ich bin ein Schmied. Metallbearbeitung ist eine Kunst. Es ist mein Leben. Es ist Bezahlung genug, solch eine magische Rüstung herstellen zu können. Und ohne dich könnte ich das nicht tun. Ich habe keine Zeit, die benötigten Dinge selbst zu suchen. Außerdem wird die Rüstung mein Abzeichen tragen. So wird jeder wissen, wer sie geschmiedet hat. Ja, aber wenn du eigentlich der Schmied von Schattenweber bist, sollten wir vielleicht nicht mit deinem Logo bei ihm aufschlagen. Aber okay. Ist recht. Leichter Plattenpanzer. Rüstungsklasse 6. Das ist jetzt nicht die Welt, aber immerhin besser als unser Elfenkettenhemd. Das schon etwas abgestoßen war. So, was haben wir denn hier noch? Das ist ein normales Kettenhemd. Ja, das ist nur Rüstungsklasse 2. Das kann hier bleiben. Ein gepolstertes Kettenhemd. Rüstungsklasse 4. Ah, das hatte 6. So, dann haben wir noch diverse Helme. So ein Pferdehaardingens tragen wir. Das ist ein gestachelter Helm. Rüstungsklasse 1. Unser Helm hat aber 3. Helme nutzen sich scheinbar nicht ab. Ja gut, und Hände scheinbar auch nicht. Wir haben solche Kettenhände an. Und Schuhe haben wir ja diese Muschelschalenstiefel an. Dann bleiben wir mal dabei. Aber hier können wir dann Rüstung nachfassen, falls unsere mal zu ramboniert sein sollte. Sehr schön, wir kriegen unsere eigene Rüstung, wenn wir den ganzen Kram da finden. So, auf hohen Mutes weiterstiefeln. Da geht's runter. Da geht's auch runter. Ja gut, er hat ja gesagt, dass es Höhlen gibt, in denen es Mithril-Erz gibt. Schauen wir mal nach, wo es da lang geht. Können wir da Kanon? Ja, können wir. Hier geht's auch nochmal nach unten. Hier gehen sehr viele Wege nach unten. Ich glaube, wir müssen irgendwann nach unten. Geht's oberirdisch noch weiter? Nee, es geht oberirdisch nicht mehr weiter. Ja gut, dann gehen wir einfach mal irgendwo runter. Runter müssen wir. Was ist das? Stein. Sehr schön. Jo, wir haben Stein gefunden. Oh, er sieht nach Minenarbeiter aus. Oh, da versteckt sich noch ein Schlüssel. Hallo, mein Name ist Sinaloe. Darf ich nach deinem fragen? Ich würde dir meinen Zwergennamen verraten, aber der ist für Menschen zu schwer auszusprechen. Viele nennen mich Erdgeborener, weil ich im Schoß der Erde in meiner Mine nach Metallenschürfe. Wonach schürfst du denn hier? Hauptsächlich Eisenerz. Es wird von den Schmieden im Labyrinth benutzt, um Waffen und Rüstungen aus Stahl herzustellen. Aber ich verrate dir ein Geheimnis. Ich habe einen kleinen Vorrat Weißsilber gefunden. Ist Weißsilber eine andere Übersetzung von Mitril, oder? Entschuldige, Erdgeborener, aber ich habe noch nie von Weißsilber gehört. Haben viele noch nicht. Es ist sehr selten. Ich meine Mitril. Ein geschickter Schmied könnte daraus eine fantastische Waffe oder Rüstung machen. Also ist das doch Mitril. Würdest du mir das Mitrierz, das du gefunden hast, verkaufen? Nein. Im Gegensatz zu euch Menschen reizen mich Gold und Silber nicht. Nur für eine Sache würde ich mein Weißsilber abgeben. Ich habe von einer magischen Streitachs namens Mithras gehört. Ich glaube, sie heißt so, weil sie aus Mitril, als gemacht wurde. Sie muss eine fantastische Waffe sein, gut ausbalanciert, und sie trägt das Geheimnis der Kampfeswut. Wie ich gehört habe, hat sie schon oft den Besitzer gewechselt. Ich weiß nicht, wer jetzt die Axt besitzt oder ob sie verloren ging, aber nur dagegen würde ich mein Weißsilber tauschen. Ja gut, die magische Axt, das klingt schon verlockend, aber wenn wir mit Warmung herumlaufen müssen, können wir die eh nicht gebrauchen. Wenn ich mit Mithras zu dir komme, wirst du mir deinen Weißsilber geben? Gut, das ist in Ordnung. Okay, wir wissen, wie wir irgendwie an Mithril-Erz kommen, aber wir müssen noch diese Axt finden und den Schlüssel stecken wir schon mal ein, sonst habe ich den nämlich vergessen. So, und dann gehen wir in die Pause. Bis gleich! Bis gleich!